Hallo, ich möchte euch gerne das Kristallschalen-Set für das Wurzelchakra vorstellen. Aus meiner Sicht ist es ein sehr wichtiges Set, dass vor allem das Wurzelchakra aktiviert werden muss, bevor die oberen Chakras in Fluss kommen. Basis dieses Set ist die C-Schale in 35 cm, auch 30 cm ist gut, noch kleiner würde ich nicht gehen, weil vom ganzen Set, das man dann hat, ist das Wurzelchakra, soll ja doch etwas eine grössere Schale sein, die mit ihrem Gewicht auch etwas länger schwingt. Kombiniert in diesem Set wird sie mit dem G, das Kale Chakra, die miteinander sehr schön kommunizieren. Um den Dreiklang zu vollenden, nehmen wir das E dazu, den Solarplexus, und als kleines I-Pünktchen das höhere C dazu. Das hört sich dann so an. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020